Was macht Pleite und Starte durch? Befürchten Sie, dass Sie mit Ihrem Unternehmen Pleite gehen? Mussten Sie sogar schon die ersten finanziellen Wellen schlucken? Dann wird es höchste Zeit, vorzusorgen, sich Ihr finanzielles Polster für den wirtschaftlichen Neuanfang nach Ihrer Pleite zu sichern und sich unangreifbar einzurichten. Dieser Ratgeber macht Pleite und Starte durch, zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie der Pleite mit heiler Haut entkommen. Zu dieser aktuellen Ausgabe gehören bei dem gebundenen Buch auf einer kostenlosen CD-ROM anpassbarer Schriftverkehr und weiterführenden Informationen bezogen auf den Inhalt dieser Publikation. Beim günstigeren Download sind im Paketsit sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls kostenlos enthalten. Nutzen Sie das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt. Vielen Dank für Ihr Interesse.